Hallo, mein Name ist Michael Stöhring. Ich bin seit 2018 bei der Firma PPU. Durch meine Leidenschaft als Ange habe ich schon immer eine große Verbundenheit zu dem Lebensraum Wasser. Daher ist es mir sehr wichtig, diesen zu erhalten bzw. zu schützen. Die Firma PPU gibt mir hier die Möglichkeit, aktiv beim Schutz unserer wichtigsten Ressourcen mitzuwirken. Das Besondere an den Clearfox-Produkten ist der stetige Drang, durch Innovation und Qualität das Bestmögliche für unsere Umwelt zu leisten. Liegt auch Ihnen unsere Umwelt am Herzen, dann kommen Sie auf uns zu und wir finden zusammen mit Ihnen eine Lösung für Ihr Problem.